Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ramses der Dicke hat heute sein Selbstexperiment gestartet. In diesem Selbstexperiment hat er vor, sich einen ganzen Monat lang ausschließlich von Leitungswasser und grünen Gurken zu ernähren. Ich habe mir gedacht, da könnte ich doch mitmachen, aber ich will es für mich noch eine Stufe schwieriger machen, indem ich auf die grünen Gurken verzichte und daraus dann ein Heilfasten mache. Sprich, ich habe vor, mich einen ganzen Monat lang ausschließlich von Leitungswasser zu ernähren. Ich werde damit ab morgen anfangen, also vom 2.6. bis zum 1.7. habe ich es geplant durchzuziehen. Mal schauen, ob es mir gelingen wird. Ich bin ein bisschen zuversichtlich, dass es klappen könnte, denn der Wille ist da und wo ein Wille, da auch ein Weg. Ramses, falls du dir dieses Video angucken solltest, ich wünsche dir viel Glück dabei. Ich glaube an dich, du wirst es schaffen. So, das war es jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. Wartet noch. Wartet noch.